Moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Rainbow Six Siege, hier bei uns auf dem Konfi-Kanal mit dem angestammten Fünferteam, Haus, mit 30 Jahren, wir sind Keller. Grüßt euch! Hi. Grüezi. Schönen Tag gehabt. Wahrscheinlich, und jetzt gucken sie unsere Video und denken sich, oh fuck. Nee, lauf da durch. Junge, ich mach das. Ich mach das. Wir müssen nichts machen, ich mach das. Da kommen die Drohnen-Sub. Willst du raus? Okay. Danny, hast du noch? Dann da ein bisschen. Sub jetzt ja auch hart am Computer. Hab keiner mehr. Und cool. Außerdem fehlt noch eine Rüstung. Hatte wir eine... Ich mach das. Hat noch einer eine Reinforce? Ja, nee. Hatte wir eine Schotte? Grob hast du eine Schotte? Nein. Ihr könnt auch so mit mehr MP durch. Okay, Jungs, direkt Garage. Garage. Okay. Guckst du Badfenster, Jung? Ja. Ich hab aber nur eine Schotte. Ich mach das auf und werf mein C4 runter. Obwohl ich seh keinen. Okay. Scheiße, zu früh. Die gucken aufs Badfenster. Steht auch noch ein C4. Na, und da geht's los. Na, willst du es rauswerfen von hier? Geh da mal vor, geduckt oder gelegen. Leg dich da hin. Und wer ist ganz raus rechts... Schräg, ein bisschen rechts schräg. Also diagonal jetzt von hier aus rechts. Und tschüss. Wer war das? Schade. Oh, meint. Ja, Schild ist drin, Schild ist drin. Und dahinter ist auch noch einer. Ja, der ist ganz rechts hinten. Sub, der ist immer noch da. Sledge guckt immer noch da oben hin. Ja, ist der Loco. Oh, Leute, ihr seid beide auf einem Fleck mit dem Schild. Ich hab eliminiert, nirgends, dass es... Einer ist noch draußen. Ja, Sledge ist hinten rechts. Ich kann mich da kaum anders hinstellen. Einer ist in der Matte. Lol, der hat durchgepackt. Hä? Einer, den hast du gesehen, links rausgelaufen, ne? Einer in der Matte drin und einer noch draußen. Okay, wo ist der, der in der Matte drin ist? Ich glaube, in dem Raum. Nebenraum. Nebenraum. Ich glaube, ich hab's von da gehört. Bin mir aber nicht sicher. Das ist der Vorraum quasi. Kann sein, dass du den... Zeig dir nicht, Koopa. Der kann nicht von draußen sonst... Da ist der. Oh, da. Geh, geh, def. Da ist der Sledge. Der Sledge ist vor der Garage. Bleib, def. Bleib, def. Bleib einfach, def. Ja, ich guck aber trotzdem ein bisschen drauf. Sub. Ich bin auf Weg zum Botfenster. Wenn du rausgehst und dich da oben draufstellst, kannst du ihn vielleicht von oben kennen. Ich kann schauen, wenn er kommt mit der Cam. Rausspringen, aber nicht runterspringen, weil da stirbst du. Das ist mir schon zweimal passiert. Aber vielleicht kannst du ihn jetzt killen. Ja, da, hab ihn. Ja. Ah, da, ich hab ihn gesehen. Da ist er jetzt. Okay, mach Pistol einfach weiter. Push die, Jungs. Der konzentriert sich auf Sub. Okay. Wo ist er jetzt genau? Ah, da. Tschüss. Oh, Incept-Mode. Hallo. Du, 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 du. Halt, du, 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 du. Hätte ich killen können mit einem Headshot. Hätte er, ja. Hat aber nicht. Gut, schlecht geschossen hast du eigentlich nicht. Wenn, wenn, wenn du nicht direkt dahinter gewesen bist. Ich hab den auch schon angeschossen. Boah, das wäre so geil, wenn es ein Triple-Kill gewesen wäre. Ja, dreimal hast du ihn mit der Shotgun getroffen, der hat gelebt noch. Also mit Hintermanie nicht direkt hinter Daniel stehen, sondern wir waren hinterher. Nee. Kupa, der hätte euch alle in der Reihe weggeschossen. Natürlich. Deinem Schuss. Aus der Pistole. Deinem Schuss, ja. Aus der Pistole. Nee, mit dem Hammer. Der hat den Hammer einfach geworfen. Nee, ist der Gemma. Normalerweise ist es... Nee, durch die Eier. Okay. Das war irgendwie... Ja, die Eier. Wie Daniel, was ein Satz anfangen will, immer unterbrochen wird. Ja, egal. Ja, ist echt egal. Daniel, seine Insätze sind eh so richtig. Die sind eh verwirrend. Sind verwirrend oder schlechte Witze. Oh, der hat der Hateflip. Erstmal alles in jedem Haten. Ja, Hauptschlafzimmer. Hauptschlafzimmer. Okay, Hauptschlafzimmer, ladies and gentlemen. Hauptschlafzimmer. Ja, das heißt sogar Hauptschlafzimmer. Fick dich. Das heißt Hauptschlafzimmer. Ja, das heißt Hauptschlafzimmer. Das andere ist ein Kinderzimmer, das ist kein Schlafzimmer. Beidezimmer macht euch nur zu. Das heißt Hauptschlafzimmer. Halt zum Maul. Ich gucke am kleinen Fenster auf den Gang mit Glas. Wobei die eine Runde grad viel zu einfach war, irgendwie dafür, dass Garage war. Normalerweise ist da noch im Verhältnis, weil normalerweise ist da noch viel mehr los. Garage ist doch safe. Garage ist safe. Garage ist safe. Garage, ja, oh ja. Gert euch Füße rein. Also macht da nix elf. Nix elf. Nix elf. Sicher? Ja, sehr, sehr, sehr sicher. Dann ist er gut. Gut, gut. Oh ja. Oh, da ist ein Mew. Ist da eure Kamera tot? Haut ruf. Der hat grad reinforced den Haupteingang. Der Haupteingang ist übrigens nicht reinforced, aber du kannst da rauf gucken. Ich gucke hier durch das kleine... Da hinten ist nicht reinforced. Der kommt von da. Mixed Fenst. Garben glaubt die Schüssel. Und dann führ sich eben da rein. Also der sitzt glaube ich in dem kleinen Räumchen drin. Ja, ich hab den da glaube ich auch gesehen. Da muss nicht sein, Flüssenkruppe. Da ist nicht drin. Deine Schattenverwirkung. Kacke. Echt? Hier bekommt man vielleicht mal einen Fetschabraum. Siehst du einen im Raum, Satt? Ich seh da hinten Schüsse. In dem kleinen Nebenraum ist einer. Am Nachladen. Bart kann ich von hier nicht reinkommen. Ausstelle wird keiner sein. Warte, ich schicke meine Drohne vor Daniel. Ist keiner, Ben? Zwei sind im Raum, direkt in diesem einen Raum. Ja, deswegen brauchen wir eigentlich einen Mute, aber ne. Fetscher meinst du? Ja, Fetscher. Bernhard, komm mal durch zu uns. Spring mal durch und schmeiß dann EMP rein. Oh, da wird jetzt gerade geschossen. Schmeiß trotzdem rein, aber steh nicht direkt vor dem Fenster. Geht jetzt weg. Und abgefahren. Dann leg direkt vor die Wand. Abdeckt mich mal. Heb deine Schockdrohne auf. Du kannst nicht springen. Ah, scheiße. Ja, ich weiß. Ah, in der Ecke ist einer, glaube ich. Kann ja mal ein Stück rauskommen. Ah, im Baustellengebäude ist einer. Der war vorhin nicht da. Hinter dir, Kupa. Achtung, Kupa. Ein Baustellengebäude ist einer. Ja, im kleinen Raum sind zwei Leute drin. Ich hab gerade vorher bat. Zwei Leute in dem kleinen Räumchen. Warte, da füße ich mal rein. Füße ich durch, mal schauen, ob es klappt. So, ich bring das Einsatz rein. Wie schaut die Bahn aus? Ja, ist das geklappt? Wie viele sind da drin? Einer oder zwei? Keine Ahnung. Wenn ihr gesagt, keiner, da war aber einer drin. Daniel, der kommt aber auch nicht raus. Rechts von dir, Daniel. Ich weiß, da waren zwei. Einen habe ich gerade mitgenommen. Habt ihr eine Grenade? Ich habe leider gerade keine. 21 habt ihr noch. Daniel, jetzt. Boah, das war die Schock. Okay, Daniel, spring einfach rein. Ja, weil keiner mehr drin ist. Die Frost ist im, Frost ist im Bad. Frost ist im Bad. Daniel, die kann auch über Haupteingang kommen. Sicherung des Raumes einstellen. Einer muss Bad gucken. Ich auch Bad. Daniel guckt Haupteingang. Ja, Haupteingang. Ja, genau, Kopa, guck mal dahin. Daniel, guck den anderen Gang. Kopa, guck da. Okay. Okay, sie wollten Waffen sehen. Ach, hier. Ja, was soll sie machen gegen drei? Ich hätte sie auch nehmen können. Ja, mich hätte sie kriegen können noch. Ich hätte Frost auch kriegen können, aber ich habe sie nicht gesehen. Nächstes Mal fahre ich einfach nochmal mit der Drohne vor. Ich mag die Farmaster Twitch, die ist cool. Ich finde die 417 ist, das hat so einen Sniper und so. Drückt schön. Ich finde, mein Penis ist geil. Okay, schön. Kopa, du hast noch zehn Sekunden, ne? Nichts Witzen? Hm. Jetzt hirkt mein rechtes Eis ab. Dann kratzt es. Willst du mal dran lützen? Oh, ja. Aber auf jeden Fall kann man... Okay, gut. Gut, dann weiß ich schon mal, wie ich da entgegenwirken kann. Man kann ja durch den Schrank durchfallen. Ich mute die Fenster. Lass mich die Fenster muten. Nichts da hinlegen. Nichts da vorlegen, bitte, erstmal. Die Frostfallen danach hinlegen. Okay, ist nur ein Fenster. Okay, alles gut. Mute einfach das Fenster und dann ist geil. Kannst jetzt Frostfalle hinlegen, sub, theoretisch. Ja, auf den Mute. Ja, ich hab da hinten... So schnell bin ich leider nicht. Alles okay. Leider. Der Dings hat den Nebenraum, castle ich dann und dann im Haupteingang kannst du rauslaufen. Ich schlaufe auch wieder. Ich denke, hier noch ein Mute rein, Daniel. Bist du von hinten relativ safe? Warte, geh mal weg. So, du möchtest du raus, Ben? Wobei, ich renne jetzt raus. Dankeschön. Ja, Ben jetzt ein bisschen verzögert. Okay, das ist noch solid. Na gut. Das ist gar nicht so unclever, Bernie. Auf jeden Fall, das ist der ultimative Engel, ey. Du kannst dich voll hinter... Du kannst dir vorher noch ein Bücherregal verstecken von draußen, die da einfach durchknallen. Ja, und die meisten können... Er hat gerade den Witz mit Kurt Engel gerissen. Opa. Schlecht. Ja, guck mal. Hallo, Sub auch. Und auf Nacht. Oh Mann, echt. Das Einzige, was von Mute nicht aufgehalten wird, ey. Lutsch mir auf die Axe. Die Axe? Nö, Axt auch. Äh, Axt, Hammer. Die Axt. Die Axt. Sledge wird auch nicht aufgehalten. Okay, da eskaliert es ja schon mal ziemlich bei euch. Fenster oder wo? Ja, Fenster. Einer könnte versuchen, theoretisch ins Kinderzimmer zu gehen. Vielleicht da irgendwie mal gucken, ob er da gegencountern kann. Aber, hm. Ist riskant. Oben käme ich noch da. Drei waren jedenfalls am Dach voll oben. Aber das ist auch schon wieder eine Zeit. Einer am kleinen Fenster, Sub. Ja, hab ich gar. Ah, ja. Denkensatz und so. Scheiße, der hat mir gedrückt. Ich hab C4 angerufen, hat nicht geklemmt. Okay, wo war das? Ah, hier war das. Kleine Fenster. Auf jeden Fall einer in der Lucke. Baustellenraumhalsore aufgemacht, Ash. Bier ist auf, Bier ist auf. Schild kommt rein. Ciao. Oh, Ash, hab ich angeschossen. Und die war weit weg. Es hat bei mir hier rechts ist die. Die ist doch rechts von mir, oder? Die Ash? Nee, Ash ist auf dem kleinen Vordach bei dem... Ja, ich bin doch hier. Ja. Nicht weiß, haben sie das Fenster auch noch aufgemacht. Daniel, guck mal hier rein. Ist bei dir drin, Bernie? Bernie, Antwort. Nicht, aber gleich. Der steht da, ja. Schießt auf mich. Weiß nicht, ob auf dem Gang, oder ob da auf dem Vordach da nur einer steht. Auf jeden Fall den Sledge hab ich gekillt da. Okay, Shotgun, Headshot. Halten die erstmal uns. Drin, Bernie. Bernie, zwei Leute. Bernie, Agirin. Bernie, Tor. Da ist noch einer, da ist noch einer. Ich hab noch ein HP. Bei uns ist der letzte, bei uns ist der Fetscher. Ist Bernie noch zu retten? Bart? Ja. Nein, 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 nicht reinkommen. Fetscher ist bei uns. Bart, ja. Außen, oder wie? Ja. Oh, ich will den, glaub, rappeln. Der rappelt sich. Okay, der ist nicht mehr da. Am Fenster. Komm. Bernie, hol dich. Na, der kommt hier. Der kommt, glaub, hier irgendwo. Ich glaub, der kommt das große Fenster, ich bin mir nicht sicher. Komm, guck auf mich. Guck auf mich, Fetscher. Guck auf mich. Okay, der ist ja nett. Der rennt umher lang. Bernie, lass mich da rein. Der hängt, der hängt kopfüber. Der hängt, der hängt kopfüber. Ja gut, lass doch einfach auf Zeit spielen. Vernetzt. Du hast eine Frostfalle. Sehr schön, Bernie. Ah, da war ich, hab ich zu Risky gespielt, hab ich zu Risky gespielt. Musste ich Bernie mal eben helfen im Badezimmer. Ja, da konnte ich schön beobachten, wie er da reingefetzt hat. Easy, ne? Easy, komm, easy, komm. Wahrscheinlich unsere beste Map. Ja. In letzter Zeit. Mit Flugzeug so ein bisschen. Drei Assists, mein Gesicht. Und alle Quests fertig für heute. Weil Daniel der einzige Style drauf guckt. Ja gut, wir sind durch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.